Hallo und herzlich willkommen zurück, hier ist Bea von gamers-palace.de Legende hat es, sie sind ziemlich glücklich. Eine fortune, Apple! Aber wir sind die Schleuner, nicht wahr? Vielleicht brauchen wir die Schleuner, stattdessen. Ich denke, die Reapers haben das gegründet. Oh, das ist einfach schrecklich. Na gut, ich empfehle das Gefühl. Danke, Benwick. Ich liebe Apples. Nur nicht essen! Ich könnte es nicht essen, selbst wenn ich es wollte. Hey, Moment. Das ist richtig. Meine Macht zu konsumieren ist ein Teil von Ynomi-Not. Wenn das stimmt, dann... Was ist das? Du willst ein Biss? Delicious fortune, Apple. Keine Worte. Das ist ein guter Glück, Charm. Das ist es. Eine, die dir die Gelegenheit, die du brauchst, um zu überleben. Also, wo ist unsere letzte Bestimmung? Die Empyrein. Gut. Also, nochmal zurück. Wir sind hier. Direkt nachdem wir Melchior besiegt haben und jetzt auf dem Weg zur Vernichtung. Only no me not und Atarius. Ich war gerade nur ein bisschen irritiert, weil ich hoffte, es ist offen. So, was war das, was du mir selbst gesagt hast? Wo ist Laufizett? Er wollte mich aufhörtern, aber ich habe ihn geholfen. Nach dem ganzen Kampf, er braucht es. Ich bin dir. Das Kind immer versucht zu spielen, den schweren Mann. Just wie derjenige, der ihn nennen hat. Er ist nichts wie ich. Sein Motivation kommt aus der Hoffnung. Ich hoffe. Der Wind ist schön. Ja, der Welt kann mit Hardschie und Schmerzen sein, aber es ist auch mit Schönheit. Der Endless Ocean, die Islands in der Süden, sogar die Tundra fröhren und die Mountain, die Feuer spüren. Es ist. Und Menschen machen ihre Haus in der ganzen Schönheit. Das ist die Welt, die Laufizett hat immer geholfen, um zu gehen. Ich verstehe endlich, was er sieht, als er nach dem Ozean sitzt. Elinor, ich habe nur ein einziges Wort zu fragen. Wenn mir etwas passiert, schau mal Laufizet. Was? Ist etwas das Problem? Die Macht von Therien und Hinominat ist grundsätzlich das gleiche. Ich habe eine Theorie. Nein, die Theorie ist zu rational. Eine andere Seite von mir, etwas von meiner Hütung, möchte ich etwas tun. Ich möchte mich verlassen, diese Welt mit Hoffnung. Wait, du hast nicht... Ich verstehe mich, okay? Wenn das Beste passiert... Ich stehe auf dich. Ich verstehe, du hast meine Worten. Ich schaue nach Laufizet. Ich würde mich gerne an diese Momentäre Schmerzen... Ich kann nicht. Meine Oath ist, zu beurteilen Ihre Orden, bis meine Laufzeit. Ich habe fast vergessen, über alles. Good thing i kicked your butt after all Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na dann los. Wir holen uns hier aber noch so ein paar Punkte. Schnellschlagspielen. Dann los. Hm. Ein paar Hin und Ahren. Das krieg ich besser hin. Oder auch nicht. Oh, da gibt es einfach so Sachen. Oh. Okay. Dann sollte ich dafür auch kein Geld ausgeben. Habe ich neue Sachen bekommen? Nee, ne? Gut. Hier kann ich auch nichts verkaufen. Also gehen wir weiter. Waren wir hier schon mal? Ist das unser Ziel? Oh. Wo ist denn das aufgetaucht? Ich bin ein bisschen irritiert gerade, aber das bin ich ja öfters. Oh ne, ich bin instinktiv richtig... Oh, was bist denn du? Oh, are we ready for this? In the sky? Wait, look! Hier! 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 Moment, hier ist so ein Dings. Wo ist es? Da. Und dann kann ich das Skateboard benutzen. Das sehr langsame Skateboard. Immerhin kann man da mit Treppen hochfahren. Oh, okay. Okay, well, es ist schön, dass wir in Ominot tracken, aber, äh, jetzt, was der Plan? Oh, okay. 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 Wow. Oh, die sind ja alle schon davor, ne? Dann gehen wir auch davor. Kann ja nicht schief gehen. Hallo? Muss ich nicht machen. Ah. Hallo, Ominot, wir kommen zur Party. Let's see. Okay. Es gibt keine Exorcisten hier, aber ein ganzes Malachim. Diese Malachim sind die Sub-Lords, die direkt mit dem Inominat haben. Bezuteil, er hat ihnen vermutlich einen Teil seiner Macht gegeben. In anderen Worten, Probleme. Na dann. Hi, Äffchen. Ah, die sind gute Trainingspartner hier. Dann ernst. Gut, allein die Affen zeigen mir, dass ich irgendwie zu schwach bin. Ja, die sind gut. Hey, ist alle gut? Ich bin gut. 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 Dann kann ich gar nicht mehr Jenny. Ich bin gut. 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 Ich bin glücklich. Ich bin gut. Es ist gut. Das war's für heute. Hm, ein Speer. Cool. Ein Speer. Oh, nice. Scout ship's setting sail. Are we ready for this? Echt? Hast du mich angekackt gerade? Oh, nice. Oh, nice. Superflake. Splitter. Oh. Yeah. Hurtwift. Fondheim. Yeah. Yeah. Frickflake. Internal torque. Baby turn jack. Baby turn jack. Good jump. Hurtwift. Yeah. Drunk jack. Superflake. Humming type. You're right. Hey. Hurricane. Superflake. Elenor, ich glaub, das ist nicht gut. Quarz-Armreif. Wer zu wem gehört denn der Armreif? Ah! Ich weiß nicht, ob wir auf'mt. Los� und Gassen! Etalавать! Das weiter Combine! Das war's für heute. Aha. Also brauchen wir dieses komische Ding. Oh. Hey, is everyone alright? Okay, komm. Könnt ihr zu dritt ein Team bilden? Nein? Doch. Ja. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, das hier müsste theoretisch die Letzte sein. Yep. Oh, ich kann nichts mehr essen. Essen ist ein Essen. Ach, da kann wer her? Okay. Was ist denn das für ein Vogel? Ja. 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 Hallo, hören wir auf mal, bitte. Hallo, hören wir auf, 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 bitte. Your style is really... ... 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